Protest ist, wenn ich sage, das und das passt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das, was mir nicht passt, nicht mehr länger geschieht. Was wir brauchen, ist eine neue Moral. Du musst einen klaren Strich ziehen. Zwischen dir und denen, die du bekämpfen willst. Du musst dich aus dem System ausklinken und hinter dir alle Brücken abbrennen. Ich werde mich niemals damit anfinden, dass man nichts tut. Niemals.